Also insofern habe ich nochmal die Mahlzeiten einen guten Hintergrund. Herr Kampmann, ich würde Ihren Vortrag zwar gerne hören, aber Sie müssen, ich will nicht, dass Sie werden ganz besonders sagen, dass Sie doch schon gemeint schon die Neue Kölzer hat. Ich habe noch nicht. Um zwölf, jetzt ist er fast. Um zwölf muss ich in Giesbaden sein. Achso, ah, okay. Ja, dann haben wir die richtigen Zeiten doch getroffen. Perfekt. Also ganz herzlichen Dank gegen allen. Ich wünsche Ihnen einen sehr anlegenden Nachmittag heute noch. Danke. Gibt es auch morgen noch weitere Termine? Morgen nicht, nach dem Frühstück ist vorbei. Dann ist es vorbei. Ja. Also herzlichen Dank, dass ich da sein durfte. Herzlichen Dank, dass Sie sich für Hohenstein interessiert haben. Das sage ich mal als Bürgermeister. Wir bleiben dann in Kontakt, was sich eben angeht. Ich habe einen. Der Kaufmann war so freundlich. Genau. Das ist der Vertrag von der Kaufmann. Ach, aber ja alles. Mein kann ich nicht. Ihr, ihr, ihr. Ich kann auch nicht vorbehalten. Vielen Dank. Vielen Dank. Die Herrschaften, dann wünsche ich Ihnen. Von Ihnen. Achso, von Ihnen. Genau. Mein, der alles Kaufmann hier. Also ich glaube, du musst deinen Namen wechseln. Genau. Wir leiden. Du bist nicht verwandt, oder? Das ist mein Ex-Gervat, mein Ex-Gervat. Okay. Ich habe meinen Namen gewechselt. Ich habe keinen dörtlichen Namen. Ja. Also, dann herzlichen Dank für die Zeit. Einen schönen Tag für Sie. Danke. Da waren einen lieben Grupp zu Hause von uns. Richtig aus. Richtig aus. Und ich weiß nicht, wie bleiben wir in Kontakt? Sie. Wir kontaktieren uns. Ja. Ja. Wir kontaktieren uns. Nein, ich spreche nicht bei Ihnen. Einen schönen Tag für Sie. Wir machen den Artikel fertig mit Fotos. Genau. Und dann gleich mich an Ihren vorzumachen. Genau. Schicken Sie das mal hin einfach zu. Die machen das auch redaktionell. Und ich würde auch Sie dann noch... 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 Vielen Dank. 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 ... ... ... ... ... ... ... ......